Guten Abend, Ada. Wenn du für den Herrn ein Gelübde ablegst, sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Was tust du hier? Meine teure Ada. Morgen werden die neuen Rekruten eintreffen. Bis dahin müssen die drei verschwunden sein. Und es ist mir vollkommen egal, wie du das anstellst. Guten Abend, Ada. Antony, wach auf. Was? Ada? Ich dachte schon, du würdest mich nie fragen. Wir müssen hier weg. Also ich weiß nicht, Süße. Irgendwie geht mir das alles ein bisschen zu schnell. Für Romantik haben wir jetzt keine Zeit. Ich erkläre es dir später. Wir müssen fliehen. Weck du, Stina und Bela. Wir treffen uns am Wasser. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Wirklich Glückwunsch! Wirklich repent! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018